Hallo? Hallo? Stehst du auf Horrorfilme? Erstens, es gibt immer mehr Leicht. Zweitens, die Todesszenen sind viel ausgefeilter. Was wissen Sie über Trilogien? Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass man im dritten Teil mit allem rechnen muss. Hallo, Sidney. Willkommen zum letzten Kapitel. Das Unfassbare wird Wirklichkeit. Wer ist da? Wollen Sie lieber mit einem Lügendetektor sprechen? Ist das eine Drohung? Wer nicht drohe, werden Sie es merken. War das eine Drohung? Schrei, solange du noch kannst. Alle Figuren, auch die Hauptrolle können sterben. Das betrifft dich, Sid. Lauf! Vom Meister des Suspens Wes Graven Gell, hinter dir! Kommt das letzte Kapitel der Trilogie des Schreckens. Scream 3 Keine Panik! AHHH! Untertitelung des ZDF, 2020